Ja, wir verlassen Slowenien. Da ist der slowenische Grätzübergang. Da hinten vielleicht sieht man es auch Video. Im helleren Blau, da reisen wir nach Kroatien ein. Eine Grätze ist dank sei EU mittlerweile keine Grätze mehr. Es ist echt sehr angenehm. Da ist aus dem Kilometer die Auto gestanden. Danke Slowenien, uns hat es ganz viel Spaß gemacht. Simone schreibt heute noch ein Fazit zu Slowenien. Und jetzt freuen wir uns auf Kroatien, wir freuen uns auf das Meer und so weiter. Und somit ist die Arbeit verteilt.